Da bin ich jetzt echt ein bisschen stolz drauf, weil es gibt ja so Gerichte, die kannst du eigentlich nicht besser machen, wie zum Beispiel Forelle Müllerin. Das ist eine gebratene Forelle, da kommt ja so Mandeln mit Butter dazu und Zitrone, kann man nicht besser machen, aber anders und da bin ich total stolz drauf. Weil ich mache das nämlich jetzt mit Hanf. Ja, es gibt ein Forellentörtchen, das ist also noch ein bisschen schöner als nur einfach die schnötige, gebratene Forelle, das muss ich jetzt schon auch sagen. Also es gibt Forellentörtchen mit einer Hanfschmelze. Für das Forellentörtchen brauchen wir einen Ausstechring, also ich habe mir jetzt hier, das ist Edelstahlring, schön rund und der Durchmesser ist jetzt einfach nur, hat ja was mit dem Magen zu tun, ob mehr oder weniger. Und jetzt muss man das innen schön ausbuttern, also wirklich richtig so ein bisschen dicker die Butter innen rein. Also es darf wirklich ein richtiger Butterfilm sein. So, machen wir mal zwei Törtchen. Schön mit Butter ausgleiten und jetzt brauchen wir die Forelle, in dem Fall natürlich nur ein schönes Filet. Und ja, was werden wir brauchen? Na ja, ich nehme jetzt nochmal die zwei Stück. Die würze ich jetzt gleich. So, und nun schneide ich die auf die Länge von dem Ring, weil ich die in diesem Ring ja so hineinlege. Also schauen wir mal. Und ob das jetzt mit Forelle gemacht wird oder mit Saibling, Zander, Lachs, es geht im Grunde jegliche Form von Fisch, die man eher auch poschieren kann. Also einen Karpfen würde ich jetzt nicht nehmen. So, und jetzt gehe ich her und bitte darauf achten, es gibt ja zwei Seiten. Das ist ja, wo die Haut dran war und das ist ja die Grätenseite. Und jetzt schaut vielleicht die Hautseite schöner aus, aber nach dem Garen ist es genau andersrum. Dann ist diese Seite, wo die Gräte war, die schönere. Deswegen nehmen wir die erste, ja, die erste Tranche und die lege ich jetzt mit dieser Grätenseite nach außen in den Ring. Und das hat natürlich einen Vorteil, weil es bleibt auch ein bisschen kleben, weil ja schön die Butter dran ist. Dann nehmen wir ein zweites. So, machen wir jetzt nochmal. Und jetzt gehe ich hier, das andere Stück, das klappe ich richtig so ein bisschen ein. Und auch das stecken wir jetzt so hier schön rein, ein bisschen aufmachen. So, und jetzt, in der Mitte ist oft natürlich so, wo du sagst, was mache ich jetzt? Jetzt schneiden wir halt einfach ein Stückchen mit ab und füllen das rein. Und es darf ruhig so ein bisschen auf Spannung sein. So, so muss das eingesetzt werden. Dann gehe ich einfach her. Auch da brauche ich nochmal ein bisschen Butter. Setz das oben drauf auf den Teller oder Blech, was auch immer. Und jetzt ist es auch extrem wichtig. Jetzt muss man hergehen und muss wirklich obendrauf richtig viel Butter geben. Die Butter läuft nachher beim Garen runter und schützt diese Struktur von der Forelle, dass sie austrocknet. Sondern das ist wie ein Schutzfilm. Und es ist ja nicht so viel. Außerdem läuft es ja eh davon. Also jetzt setze ich das schnelle, das Zweite setze ich jetzt noch schnell ein. Schön eingepinselt. Kann man so vorbereiten? Gar kein Problem. Kann man jetzt so in den Kühlschrank reinstellen. Aber bevor man es in den Ofen reingibt, ruhig so fünf Minuten, zehn Minuten stehen lassen, dass es Zimmertemperatur hat. Weil bei Zimmertemperatur dieses Törtchen mit diesem Durchmesser braucht bei 80 Grad Celsius Umluft circa 18 Minuten. Man erkennt, dass der Fisch fertig ist, wenn oben so dieses leicht Milchige hat. Ja, also. Und jetzt kommen wir eigentlich zur wirklichen Sensation. Die Hanfschmelze. Und dafür brauche ich erstmal Toastbrot. Ich habe hier ganz normales Toastbrot. Entrinden bitte. Weil es ist so, wenn ich jetzt natürlich hergehe und direkt eins zu eins einfach den Hanfsamen röste, dann glaube ich, das wird nicht knusprig genug. Weil der Hanfsamen selber, klar, also der hat schon was vor allem. Es gibt ja diesen crunchy Samen und dann eben diesen geschälten Samen. Aber trotzdem, ich finde, es muss noch ein bisschen knuspriger sein. Und deswegen einfach Toastbrot, Rinde machen wir weg, dann rein in den Mixer und dann grob durchmixen. Dann kommt das direkt in die Pfanne rein und wird schon mal so ein wenig, ja, angetrocknet, angeröstet. So passt mir das. Also, das geben wir jetzt rein in die Pfanne. Und eben mit trockener Hitze einfach mal so ein bisschen vorrüsten. Noch kein Fett reingeben, weil sonst saugt das sofort rein und dann ist das erst einmal ein Barz. Es muss also quasi vorher ein bisschen spröde sein. Das Toastbrot muss erst ein wenig spröde sein. Ah, und es geht auch relativ schnell. Ist ja klar, ist ja wie beim Toasten auch. Bisschen Hitze und dann wird es schon so. Dann gebe ich jetzt schon mal den Hanfsamen mit rein, der darf auch ein wenig mit rösten. So. Und das ist ja der geschälte, das ist ja der cremige. Den finde ich, der braucht auch noch ein bisschen Hitze erst einmal. So. Jetzt der andere, der sogenannte Knusprige. Das ist auch wirklich irre. Also diese, quasi diese Schale drumherum, die macht schon was. So. Und jetzt, jetzt kommt da, jetzt kommt da mein Öl rein. Schaut noch unspektakulär aus, wird noch viel spektakulärer. So, schauen wir mal. Und jetzt hört man es, wie es so schön brät. Und das ist genau, wenn ich das vorher reingebe, dann macht das so. Das ist ein Barz. Deswegen vorrösten, vortrocknen. Und jetzt am Schluss gebe ich natürlich das Hanföl mit rein. Ich möchte es nicht zu stark erhitzen. Und es hat auch schon eine brillante Farbe. Toller Geruch, schön nussig. Also die Leidenschaft und das Verständnis für Hanföl, das hat sich wirklich völlig neu dargestellt. So. Etwas Zitronenabrieb. Weil der Hanf natürlich mit diesen nussigen, der hat ja auch ein bisschen, ist ein bisschen dumpf. Und durch diesen Abrieb von der Zitrone, hat man den großen Vorteil, dass jetzt da so eine aromatische Frische mit reinkommt. Und wir machen ja immerhin eine neue Entdeckung, was die Müllerin angeht. So. Jetzt schalte ich aus. Und in dieser Resthitze lasse ich jetzt hier meine Schmelze da fertig werden. Und wenn man jetzt schon mal drüber nachdenkt nachher, wenn ich das Törtchen da habe, was ja so schön cremig ist. Dieser weiche, zarte Fisch, diese Forelle. Und dann kommt diese schöne knusprige Schmelze drüber. Das alleine ist ja schon der Hit. Aber ganz alleine muss es jetzt so nicht auf dem Teller liegen, weil dazu kommt ja jetzt mein Zitronenspinat. Und dafür brauche ich Zwiebeln. Da kommt jetzt dazu ein ganz kleiner Schuss Frühe. Und vor allem natürlich Spinat. Zitronensaft und Sojasauce. Kleinen Schuss, weil der natürlich eine wahnsinnig Tiefe mit reinbringt. Und jetzt geben wir noch ganz wenig Hanföl drauf. So, reicht schon. Mehr braucht es nicht. So, perfekt. Moment. Zitrone und Soja. Das ist so eine sensationelle Kombination. Also wir brauchen noch einen kleinen Moment. Ist ja alles fertig, weil meine Törtchen ein paar Minuten noch. Dann können wir anrichten. Durch diese 80 Grad, durch dieses ganz langsame Garen, ist quasi die Forelle in der Mitte genauso wie außen. Und jetzt hier sieht man, wie die so ganz leicht cremig, milchig ist. Und das ist das Zeichen. Oben fertig, innen fertig, überall fertig. Wahnsinnig saftig. Und jetzt gehe ich einfach her. So. Dann setzen wir das da drauf. Jetzt ziehe ich da vorsichtig ab, den Ring. Deswegen schön einbuttern. Und jetzt hast du hier ein perfektes Törtchen. Und wie gesagt, geht ja mit vielen Fischen. Oben drauf. Jetzt diese Schmelze. Es gibt einfach so Gerichte, die siehst du. Und du sagst, nein, schmeckt es gut. Und wenn ich das so anschaue, ich trau mich gar nicht hochzuheben. Dieses schöne Törtchen mit diesem Knusper. Das geht so auf. Das ist der Wahnsinn. Dem Daniel wird es schmecken. Das letzte Mal, wo ich so einen bewusstseinserweiternden Moment hatte, war ich mannshoch im Hanf gestanden. Ja. Herrlich. Guten Appetit nochmal.